hallo meine lieben hier ist jessica von aromawelt ich wollte mal kurz über das bogo sprechen was ja nächste woche kommt ich weiß nicht warum ich mich hier doppelt sehe ich hoffe dass es jetzt funktioniert aber ich sehe mich da klein in der ecke nochmal okay also und zwar haben wir nächste woche ein bogo wieder ein und zwar ein ganz ganz tolles wollte ich kurz darüber sprechen vom 19 bis zum 22 oktober läuft das und da gibt es dann verschiedene produkte kostenlos wenn man dann ein anderes produkt kauft und zwar zum beispiel kannst du cardamom kaufen cardamom ist ein ganz tolles öl für den magen darm trakt für die verdauung für das atmungssystem harnwege und auch für die mundgesundheit ganz toll und wenn du dieses öl dann in den warenkorb legst bekommst du dann eine flasche rosa pfeffer also pink pepper dann kostenlos dazu pink pepper ist ein schönes öl für die haut also benutzen viele für die haut es ist übrigens das eines der besten öle für die brustgesundheit ihr wisst was ich damit meine und hier würde ich nur mal so als kleiner tipp zwischendrin frankincense grapefruit und pink pepper benutzen um dann mit einem trägeröl und dann schön die brust damit einreiben und zwar jeden tag damit man einfach der brustgesundheit da ja helfen kann pink pepper ist auch sehr schön für die verdauung für das immunsystem herzkreislaufsystem und das würdet ihr eben dann zum beispiel umsonst bekommen wenn ihr cardamom bestellt ab dem 19 dann gibt es noch weitere optionen kaufe eine flasche balance balance ist unsere erdende mischung das ist ja eigentlich die mischung die ich fast jeden tag benutze eigentlich gleich wenn ich morgens aufstehe das wirkt sehr erdend und einfach entspannend ausgleichend auf das nervensystem vor allem auch und kann auch stressgefühle besonders dann auch senken ja also man fühlt sich einfach in kürzer zeit wirklich ja einfach ausgeglichener und besser wenn man balance wirklich regelmäßig anwendet wenn ihr balance kauft bekommt ihr eine flasche schwarze fichte also black spruce umsonst das habe ich auch gleich hier stehen weil bleibt spruce ist ja eines der neuesten öle ich glaube es kann letztes jahr raus oder vorletztes jahr war es schon gar nicht mehr aber das ist ich liebe sowieso alle fichten öle alle nadel öle weil die einfach sehr sehr erdend wirken genauso wie balance die gleichen aus sind auch wunderbar für die atmung geeignet also im diffuser oder verdünnt dann auch die brust auftragen und das ist auch so ein öl was man gerne bei der meditation benutzt beim yoga so im diffuser vielleicht mit ein bisschen zitrus ölen das sind immer gute kombinationen und ist auch bei der massage zum beispiel dann auch wirkt sehr durchblutungsfördernd was natürlich dann auch wieder dazu führt dass dann der körper sich entspannen kann ja und bestimmte werte sich senken können dann haben wir noch neroli touch okay wenn ihr irgendwann touch versionen hört wenn irgendjemand von touch sagt neroli touch frankincense touch jasmin touch was auch immer dann bedeutet das einfach nur dass es eine rollerflasche ist die ich jetzt gar nicht hier habe aber wollte ich euch gerade mal zeigen das ist eine rollernflasche eine 10ml flasche und die ist bereits mit kokosöl verdünnt das sind normalerweise die öle die sehr sehr teuer sind wenn man sie in einer 5 oder 15 ml flasche kaufen würde ja also ist doTERRA hingegangen hat dann bestimmte öle die eben sehr sehr teuer sind auch dann in die also einfach uns diese möglichkeit gegeben dass sich das auch dann jeder kaufen kann und davon profitieren kann und neroli ist das typische öl für die haut also die meisten rollen das dann einfach auf die haut auf ich habe es mir gerade so hier an die an den hals und über das über die brust gegeben weil ich mal wieder ja dieses tolle herz stolpern hatte und das geht mir immer auf den senkel und dann benutze ich dann immer neroli vor allem aber auch ylang ylang was ihr übrigens dann umsonst bekommt wenn ihr neroli touch kauft aber jetzt nochmal kurz zu neroli touch ist natürlich nicht nur gut für die haut sondern auch nervensystem herzkreislaufsystem deswegen benutze ich das ja auch so oft fördert die durchblutung auch wieder also schön in der massage anzuwenden oder einfach nur wenn ihr das haut in die haut einmassiert ja und wie gesagt ylang ylang gibt es dann kostenlos wenn ihr neroli touch kauft ylang ylang eines meiner absoluten go to öle das also habe ich immer dabei wegen diesem herz stolpern was ich ab und zu mal bekomme also wie gesagt gut für das herzkreislaufsystem das endokrine system auch ganz schön für die haut mehr also auf bestimmte hautprobleme aufzutragen muskeln und gelenke es hilft bei stressigen situationen wenn man einfach total ausgelaugt ist müde ist träge ist ja dann ist das ein schönes öl was man anwenden kann um einfach da ein bisschen gegen zu wirken so und zu allerletzt haben wir noch weihrauch touch also auch wieder die verdünnte version die ihr kaufen könnt um zwei öle dann umsonst zu bekommen und zwar lavendel touch und motivate touch weihrauch brauche ich gar nicht erst lange drüber zu reden weil sonst würde ich eine stunde brauchen frankincense ist unser alles können das ist das weihrauch ja also das ist so ziemlich das öl was man benutzt wenn man nicht weiß welches öl mal gerade benutzen soll weil es eben bei so vielen dingen helfen kann ja also wenn ihr nicht wisst was ihr benutzen sollt und ja frankincense da benutzt eben das ja ähm gut und dann haltet ihr lavendel touch lavendel kennt natürlich jeder das ist ein sehr ähm ja erden na erden jetzt eher nicht aber sehr ähm beruhigendes öl wird oft für den schlaf benutzt und ähm natürlich auch für die haut und auch für die haare ja also das ist auch eins der öle was ich mir immer in die haut also in die kopfhaut einmassiere mit ylang ylang übrigens hatte ich noch gar nicht erwähnt weil das ist nämlich auch gut für das haarwachstum übrigens und ähm lavendel ist auch sehr gut für das herzkreislaufsystem und nervensystem also wenn man da irgendwelche bedenken hat oder ja einfach probleme hat dann ist das ein gutes öl der wahl um das eben dann entweder aromatisch oder topisch anzuwenden man kann lavendel auch innerlich anwenden aber nicht die touch version also alle touch version sind nur für die äußerliche anwendung gedacht dann haben wir noch zu guter letzt motivate motivate touch ja wie der name schon sagt das ist unser motivierendes öl ja ähm das stärkt das selbstbewusstsein ähm und gibt einfach mut es ist äh besonders für die leute oder auch für die kinder die ähm selbst zweifel haben und äh ja eher pessimistisch eingestellt sind und ähm ja und vor allem benutze ich motivate wenn ich putzen muss ja also damit ich in die gänge komme und ähm das benutze ich ja eigentlich beides im diffuser kann man natürlich jetzt hier nicht machen mit der touch version aber das gibt es auch als 5ml öl und oder wie gesagt dann auch einfach auch die haut aufrollen ja äh damit man einfach ja ein bisschen in die gänge kommt um dann eben äh bestimmte dinge die man im haushalt tun muss dann erledigen kann ja so und das sind die bogo öle die ihr kaufen könnt wenn ihr nur ja vielleicht an kardamom und neroli interesse habt oder wie auch immer ja ihr könnt euch das zusammenstellen wie ihr das gerne möchtet äh das heißt jetzt zum beispiel du hast nur interesse an balance ähm und weihrauch ja also dann bekommst du natürlich äh schwarzfichte lavendel und modewer dazu das heißt dass du in deinem einkaufswagen einfach nur das balance reinsetzt und das frankincense touch schaut drauf dass es die touch version ist und nicht das eigentliche 15ml öl weil da bekommt ihr nichts umsonst ja also achtet bitte darauf dass ihr das richtige in den einkaufswagen tut genauso mit neroli tasche obwohl neroli gibt es ja gar nicht anders also ist dann egal ähm und die anderen werden dann automatisch dazu geschickt ja also es ist nicht so dass ihr dann die anderen öle noch in den wagenkorb geben müsst ja also das ist schon automatisch wir haben noch nicht alle alle details dazu also wissen wir auch jetzt genau nicht wie die kosten von dem großen set dann auch sind ja über das ich gleich noch spreche ähm und ich weiß auch noch nicht wie viele man pro konto bestellen kann in der regel war es so dass man bis zu vier oder fünf äh öle bestellen kann und dann auch dementsprechend dann so viele öle umsonst bekommt ja aber das kann ich euch später dann nochmal äh näher erklären und äh schauen ähm wie die regeln dieses mal eben sind so dann noch zu guter allerletzt zu guter allerletzt zu guter letzt könnt ihr alle öle zusammen erhalten in einer süßen dotera tasche mit helichrysum touch ja helichrysum ist die strohblume und äh helichrysum ist auch wieder eines dieser öle die recht teuer sind einfach in der anschaffung her ähm und äh das ist das ist ein öl was ich gerne bei schmerzenden gelenken und überhaupt verspannungen anspannung benutze und auch das ist eigentlich ein öl was wir recht häufig bei so erste hilfe situationen sage ich jetzt mal anwende und ich rede jetzt nicht von irgendwas schlimmen sondern so kratzer ja oder ähm kind ist kurz hingefallen ja da sind das eben wunderbare ähm da ist helichrysum ein ganz tolles öl um das mal kurz dann anzuwenden weil das ist eines der schnellsten öle ähm die äh die blutstillung ähm also die das blut einfach stillen können ja okay ähm was äh und und das genau das wollte ich noch sagen helichrysum genau das war auch mein mein öl ich hatte ganz ganz schlimm ähm äh zahnschmerzen das ist schon ewig her und äh äh ich war beim zahnarzt da wurde mir irgendwas gemacht und ich hatte drei monate lang danach schmerzen also es war grauenhaft und helichrysum war also wirklich eins der öle die ich regelmäßig benutzt habe weil es einfach ähm so gut geholfen hat ja ähm ähm es ist aber auch nicht nur dafür gut sondern auch für die haut also das nehmen viele für die haut ähm für die muskeln ähm für das nervensystem auch die zellenfunktion ja und ähm ja also von daher ein ganz ganz tolles öl und man bekommt aber dann noch wenn man diese ganze tasche kauft ein limitiertes öl welches eine überraschung ist noch kostenlos dazu keine ahnung was das ist das werden wir dann erfahren ich gehe mal davon aus am montag ja oder beziehungsweise um am 18. Oktober um 23 Uhr London Zeit welches 0 Uhr Amsterdam ist dann 0 Uhr 24 Uhr genau ähm dann Amsterdam Zeit ist ähm und dann wissen wir dann auch welches ne stimmt ja gar nicht wir wissen dann nicht welches mysteriöse öl dann kommt das wissen wir nämlich gar nicht das wissen wir erst wenn wir es bestellt haben und die Tasche aufmachen genau so war das ähm sorry aber den Preis kann ich euch wie gesagt leider noch gar nicht sagen ah ok die Tasche ist 255 danke Jacki ok super siehste ich hab das ähm ich war bei der Vorbereitung von der ähm von dem Live Video und da hab ich noch nicht gucken können ob es jetzt endlich das Update gab wie teuer die Tasche ist also 255 ähm plus Porto und auch diejenigen von euch die noch kein doTERRA Konto haben können übrigens auch von diesem Angebot ähm profitieren einfach dann die Mitgliedsgebühr wählen und dann diese BOGO Tasche zum Beispiel ähm in den Warenkorb legen die Tasche wird schnell ausverkauft sein wie das immer ist ja also ich gehe davon aus dass die Tasche am ersten Tag in den ersten paar Stunden ausverkauft äh wird ähm das ist bis jetzt schon ja so ziemlich immer so gewesen ja also wenn es bis zum nächsten Tag noch reicht dann würde es mich wundern aber naja ihr dürft nicht vergessen ganz Europa bestellt ja äh ja und das war's eigentlich zu den Sonderangeboten ähm ich hab jetzt nicht gucken können ob da noch irgendjemand Fragen hat gibt es noch irgendwelche Fragen nö sieht nicht so aus ok gut ja also das war's eigentlich ähm dann zu dieser BOGO Woche und wenn ich ich weiß was BOGO heißt ich weiß gar nicht ob ich das am Anfang erklärt habe hab ich das erklärt naja BOGO heißt buy one get one also kauf eins und erhalte eins umsonst dann ja und das war's eigentlich ähm mega cool ähm also das ist wirklich ein ganz ganz tolles Angebot ähm weil man da wirklich ewig viel sparen kann ja gut dann wünsche ich euch noch einen schönen Freitagabend ein schönes Wochenende und bis bald Tschüssi